Wiggly ist extra. Da fährt sich Zuschauer. Vielen lieben Dank, Alter. Vielen lieben Dank, ihr seid die geilsten. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so aufgeregt. Ah, das muss doch... Oh Gott. Ich wär so ohnmächtig da am hängen. Nein, 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 tu's nicht. Oh, das ist ja noch schlimmer, wie im ersten Teil. Alter. Alter. Beim ersten waren die Finger ab, bei dem hier hat Löcher drin. Oh Gott, warum sind's immer die Hände bei Outlast? Und wir haben keine Kamera mehr. Du hast deine Kamera nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Du musst bloß einen Verband finden. Ich hab doch Verband... Ich hab doch Verband... Oh Gott, die haben sich die Verbände abgenommen. Oh f... Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Und jetzt laufen denn noch welche rum? Willst du mich verarschen? Wo sind denn die Verbände? Ach, wir sind immer noch in diesem Kackwurstdorf. Da, da, Verbände. Da, 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 da. Ja, Verbände. Oh, wir werden noch mal heilen. Dreieck. Oh fuck, wie heil ich mich noch mag. Oh. Oh fuck, das tut mir leid. Aua. Oh, ich würd so ummächtig. Ich würd so sterben. Ich würd so sterben. Ich würd so sterben. Survival. Toll. Ohne Kamera. Oh. Hat er mich gesehen? W-w-w-w. Wwhat, w-w-w-w- what? Hü-e-u! hü-u-w! Warte, hör auf. Oh da liegt was. Verband, warte, warte. Warte, warte, nehme ich mit. Brauchst du eh nicht mehr. Brauch ich. Ciao. Du hast keine Löcher in den Händen. Alter, wo muss ich hin! Irgendwann im Rucksack? Nee. Da vielleicht irgendwas? Ich guck mal. Ah, hier. Vielleicht, bin mir nicht sicher. Jetzt weiß ich auch, warum hier so blutig sind. Die Kanten haben sie wahrscheinlich mit den anderen auch gemacht. Nein, ich steig nicht ab zu dir. Fick dich. Kann schwimmen. So. Das war meine Nachbarin. Was? Zeus hat recht? Was denn? Oh Gott. Kannibalien-Szenario bei Outlast 3 wäre super. Ah. Sie haben ja gesagt, dass sie nach Outlast 2 sich erstmal beschäftigen mit der VR-Sache. Ich habe Angst, dass Outlast 3 dann in VR kommt. Das wäre gruselig. Nein, nicht die Taschenlampe-Mineys. Nein, nicht die Taschenlampe-Mineys. Guck mal, eine Batterie. Sehr schön. Kann das Spiel nicht so immer hell bleiben? Ja, beruhige dich mal. Muss ich so viel saufen? Dann kotzt er auch nicht so viel. Ah, hier ist eine Hütte. Oh. Hallo. Äh, ciao. Ich wollte eigentlich in die Hütte, aber jetzt nicht mehr. Scheiße, der kommt, ne? Fuck, ich will eigentlich in die Hütte. Scheiße, wir müssen wahrscheinlich wieder zurück. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Der sieht mich nicht, oder? Oder sieht er mich? Sieht er mich? Hallo. Okay, scheint es irgendwie nicht weiterzugehen. Oder? Oder kann ich hierüber klettern? Ne. Ich glaube, mit den Löchern in den Händen ist das nicht so gut. Ah, hier. Hier muss ich bestimmt weiter. Aber ich würde gerne nochmal oben in die Hütte gucken. Vorsichtshalber. Wie der läuft? Die heißt Olga. Ich frage mich, wann wir Heidi Krumm wieder sehen. Germany's Next Topmodel. Der alte Taschenlampen, Theodor. Geh weg. Geh weg, lass mich. Ich will nur in deine Hütte. Warte mal eben. Oh, erstmal in das Pissbecken schon wieder. Oh, ist das eklig. Oh, ist das eklig. Oh, ii. Oh, ii. Alter, ii seh nix. Alter, ii seh nur nix. Battle und Vergebung. Ich war gerade in einer Kattenwurst mit meinem Gesicht. Reicht das nicht? Alter. Wo ist denn jetzt? Achso, warte mal. Hier war... Ah, ja. Hier waren erstmal die Verbände, ne? Neh mal mit. Nochmal, warte mal. Batterie, neh mal mit. Hat er mich gesehen? Ne, ne? Hoffentlich. Hi, ciao. Lass mich. Lass mich. Ich will bei dir mal in die Hütte gucken. Ciao. So. Äh, warte. Batterie. Und Verwandt. So. Jetzt aber. Ciao. Ist hier nix. Hat er die Tür komplett eingetreten? Oder kann man die... Ja, die ist... Okay, alles klar. Ich bin nicht da. Ich rieche nur nach nasser Hund. Da ich durch deinen Kot gelaufen bin. Wo muss ich nochmal hin? Äh... Wo war nochmal der Weg nach unten? Als ob man das nicht hören würde. Wie er so atmet hier, der Charakter. Das ist mir echt ne Rätsel. Das ist mir echt ne Rätsel. Aber die Taschenlammindustrie, echt die lief hier, ne? Anscheinend. Äh... Nein, hier ging es nicht lang. Ich klem am Baum. Das ist super. Da muss ich lang. Ciao. lauf 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 oder Ich erinnere mich immer wieder an den ersten Teil. So geil. Träger, Träger. Dr. Chivago. Oh Gott, jetzt müssen wir den umgeben, oder was? Oh Gott. Okay, Gegner Nummer 2 haben wir gefunden. Ich denke mal, dass wir die Heidi Krumm wahrscheinlich nie wieder sehen werden. Wahrscheinlich ist das jetzt unser Gegner. Aber wir müssen hier hoch. Wir müssen bestimmt hier hoch, oder? Tschau, mein Freund. Könntest du mich mal? Tschüss. So, komm ich hier rüber? Ja. Aber wo muss ich lang? Äh, ähm, ähm, äh, was? Ja! Oh, oh. Oh, oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Der steht nämlich da, ne? Und der leuchtet immer hier rüber. Der sieht uns, oder? Der soll abhauen. Alter, der soll abhauen. Alter. Boah, der geht mir noch mehr auf den Sack wie die Alte, ey. So, erst mal hier die Tür zu. Dann machen wir hier die Tür zu. Dann machen wir die abschließen. Äh, ich so hier so. Er so da so. Ich hier so Verbände nehme. Ich so Fenster auf. Ich so gucken. Ganz doof in die Kamera. Weil da so Gitter sind. Ich so immer noch nichts sehen, weil keine Kamera. Ich so meine Kamera finden. Denk so, geil. Und ich so. What the fuck? What the fuck? Ja, dachte ich mir auch gerade so. Super. Hey. Du, ich, was? Ähm. Hm, was gibt mir heute leckeres zu essen? So, Breakfast. Waffeln. Hm, Mini-Sugar-Biskuits. Oh, geil. Geil. Boah, geil. Bagels with Creamchees. Hm. Brotone. Dragons Chicken. Oh. Hör auf zu wackeln. Ich hab Paras. Apple Sweet. Hm, hm. Okay. Oh, geil. Wending Machine. Geil. Ein, ein Getränkautomat. Und die sind Mini-Mikrowellen. Cola. Drink it. Was gibt's denn hier leckeres? Cola. Cola, Cola, Cola für 1,75. Cola, Cola, Cola. Okay. Wie geil das aussieht. Da drüben ist... Und wieso ist das Winter? Ich hab mich erschrocken. Das ist eine coole Reaktion. Immer wenn sowas passiert. Hallo. Bin ganz schön mutig, ne? Fünf vor halb zwölf. Oh, Freunde. Ich werd nicht alt bei dem Spiel. Ich werd heute nicht alt bei dem Spiel. Ach, ja. Warum lasse ich mich eigentlich immer wieder auf sowas ein? Warum spiele ich eigentlich sowas immer? Ich weiß es nicht. Ah, ja. Children. Irgendwas mit Children. Schiff. Z-Children. Irgendwas mit Z-Children. Keine Ahnung. Oh Gott, es wackelt schon wieder so komisch. Da ist schon wieder das Badezimmer. Die Verschwörung geschah im Badezimmer. Ich weiß es genau. Ah, jetzt geht hier offen. Vorhin nicht. Höh. Das ist nur ein Traum. Das ist nur ein Traum. Das ist nur ein Traum. Woher komme ich aus? Alter! Oh Gott! Traeger! Traeger oder Mick Jagger? Ne, Traeger. Ah, katholische Schule. Immer diese Katholiken. Ehrlich. Ich wusste, dass sie nichts Gutes im Schilde führen. Na klar! Jetzt ruft jemand an! Wer soll denn das sein? Wahrscheinlich meine Mutter. Ah, komm mal hier! War das nicht... Ach stimmt! War das nicht... War das nicht ein Bildschirmschoner bei Windows 95? Mit dem Labyrinth? Und bei Windows 98? Ach, wie cool! Stimmt! Ist das ein Easter Egg? Es gab doch, glaube ich, bei... 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 bei Windows 95 oder 98, wenn ich mich entsinnen kann... Ich komm noch aus der Zeit, ich weiß... Ich bin alt... Ähm, da gab's doch so ein Bildschirmschoner mit so einem Labyrinth. Kann ich mich entsinnen? Ist das genau der gewesen? Das ist aber voll lange her schon. Das ist aber voll lange her schon. Was war das? Wir rufen jetzt an. Ist das ein Faun? Natürlich! Was soll denn sonst sein? Meinst du ein Auto oder was? Okay, das Klo ist immer noch beschissen. Ich habe die... Aber wir haben die... Löcher in der Hand noch. Alter, die Uhr funktioniert ja. Das ist ja geil. Und wir haben halb zwölf immer noch. Wir rufen jetzt an. Ist es Jessica? Und sind die irgendwo Batterien versteckt vielleicht? Die Typen sind immer noch da. Die Pädopastoren. Mach die scheiß Tür auf! Was? 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 Wo kommen ihr denn hier? Und was war das? Wie? Wer ist er denn? Alter, iiiiih! Iiiih, wer ist er denn? Alter, iiiih! Geh weg! Geh weg! Lass mich! Lass mich! Alter, nein! Wie schnell er ist einfach! Wie schnell ist er denn? Alter, willst du mich verraschen? Ich hab klein. Aquí auch. Nee, oder?